Der Narlist Der Übergang des Juan Romero von H.P. Lovecraft Ich verspüre kein Verlangen, von den Ereignissen zu sprechen, die sich am 18. und 19. Oktober 1894 in der Nortenmiene zutrugen. Doch mein Pflichtgefühl der Wissenschaft gegenüber zwingt mich dazu, mich in diesen letzten Jahren meines Lebens an Szenen und Ereignisse zu erinnern, die mit einem Schrecken behaftet sind, der sich noch erhöht, weil ich diesen Schrecken nicht näher erklären kann. Doch ich bin überzeugt, dass ich vor meinem Tode alles berichten muss, was ich über den, sagen wir, Übergang des Juan Romero weiß. Ich möchte der Nachwelt meinen Namen und meine Herkunft vorenthalten, ich halte es für besser so, denn wenn ein Mann überhastet in die Vereinigten Staaten oder in die Kolonien einwandert, bricht er mit seiner Vergangenheit. Zudem ist mein früheres Leben für diese Erzählung nicht im geringsten von Belang, mit Ausnahme vielleicht der Tatsache, dass ich mich während meines Dienstes in Indien bei meinen weißbärtigen einheimischen Lehrern eher zu Hause fühlte als in Gesellschaft meiner Offizierskameraden. Ich war überhaupt nicht mit den merkwürdigen Lehren des Ostens beschäftigt, als die Katastrophe in mein Leben brach, deretwegen ich ein neues Leben im endlosen Westen Amerikas begann, ein Leben, für das ich es angemessen fand, einen Namen anzunehmen, der sehr gewöhnlich ist und keinerlei Bedeutung hat. Im Sommer und Herbst des Jahres 1894 lebte ich in den öden Weiten der Kaktusberge und war als Hilfsarbeiter in der berühmten Nordenmiene beschäftigt, deren Entdeckung durch einen gealterten Goldsucher vor einigen Jahren eine fast unbewohnte Wüste in einen schmelztiegel-schmutzigen Lebens verwandelte. Eine Goldmiene tief unter einem Bergsee hatte ihrem ehrwürdigen Entdecker größere Reichtümer beschert, als dieser sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte, und bildete nun den Ausgangspunkt ausgedehnter Tunnelgrabungen des Konzerns, der sie schließlich aufgekauft hatte. Weitere Grotten waren gefunden worden, der Ertrag an dem gelben Edelmetall war unermesslich groß, so daß eine gewaltige, bunt gemischte Armee aus Minenarbeitern sich Tag und Nacht in den zahllosen Stollen und Felshöhlen abplagte. Der Oberaufseher, ein Mr. Arthur, sprach häufig von der Einzigartigkeit der örtlichen geologischen Formationen, spekulierte über das mögliche Ausmaß der Höhlenketten und stellte Vorhersagen über die Zukunft des gewaltigen Bergwerksunterfangens an. Er hielt die goldhaltigen Höhlen für das Ergebnis der Einwirkung von Wasser und glaubte, daß bald die letzte davon entdeckt sein würde. Nicht lange nach meiner Einstellung kam Juan Romero in die Nordenmine. Er gehörte zu einer großen Schare ungepflegter Mexikaner, die durch die Mine aus dem Nachbarland hergelockt worden waren, und machte zuerst nur durch seine Gesichtszüge auf sich aufmerksam. Sie waren zwar typisch indianisch, stachen aber durch die helle Hautfarbe und die kultivierten Gesichtszüge hervor, die im starken Gegensatz zu den durchschnittlichen Greasers oder Pute der Umgebung standen. Es ist eigenartig, daß Romero, obwohl er sich so sehr von der Mehrheit der spanischen Mischlinge und Stammesindianer unterschied, allem Anschein nach keinen Tropfen weißen Blutes in sich trug. Man dachte weder an einen kastilischen Konquistadoren noch an einen amerikanischen Pionier, sondern an einen edlen Azteken aus alter Zeit, wenn der schweigsame Tagelöhne am frühen Morgen aufstand, voller Faszination den Weg der kriechenden Sonne über die Hügel im Osten betrachtete und dabei dem Gestirn die Arme entgegenstreckte, als vollzöge er einen Ritus, den er selbst gar nicht mehr verstand. Doch war das Gesicht auch schon alles, was auf eine adelige Abstammung von Romero deutete. Er war genauso ungebildet und schmutzig wie die anderen braunhäutigen Mexikaner und er stammte, wie ich später erfahren sollte, aus bescheidenster Herkunft. Als Kind war Romero in einer einfachen Berghütte gefunden worden, als der einzige Überlebende einer Epidemie, die in der Gegend tödlich gewütet hatte. In der Nähe der Hütte, neben einem ungewöhnlichen Felsspalt, fand man zwei Gerippe, das Fleisch gerade erst von den Geiern abgerupft, dies waren vermutlich die sterblichen Überreste seiner Eltern gewesen. Niemand vermochte sich an sie zu erinnern, und so waren sie bald völlig vergessen. Nachdem die Lehmhütte eingestürzt war und eine Lawine den Felsspalt geschlossen hatte, war sogar der Ort der Ereignisse aus dem Gedächtnis der Menschen gestrichen. Romero wurde von einem mexikanischen Viehdieb aufgezogen, dem er auch seinen Namen verdankte, und unterschied sich nur wenig von seinen Altersgenossen. Ein Grund, weshalb Romero sich zu mir hingezogen fühlte, hing ohne Zweifel mit dem kuriosen alten Hindu-Ring zusammen, den ich nach der Arbeit trug. Wie genau der Ring aussah und auf welche Art und Weise er in meinen Besitz kam, möchte ich nicht erzählen. Er war die letzte Verbindung zu einem für immer abgeschlossenen Kapitel meines Lebens, und ich hielt ihn in großen Ehren. Bald bemerkte ich, dass der merkwürdig aussehende Mexikaner großes Interesse an dem Ring hegte, er betrachtet ihn allerdings mit einem Ausdruck, der jeden Verdacht einer räuberischen Absicht zerstreute. Die altersgrauen Schriftzeichen schienen in seinem ungebildeten aber regen Geist schwache Erinnerungen zu wecken, obwohl es ausgeschlossen war, dass er dergleichen jemals zuvor gesehen hatte. Wenige Wochen nach seiner Ankunft verhielt Romero sich mir gegenüber wie ein treuer Diener, ungeachtet der Tatsache, dass ich selbst bloß ein einfacher Bergarbeiter war. Gezwungenermaßen war unsere Unterhaltung eingeschränkt, er beherrschte nur ein paar Brocken Englisch, während mein in Oxford erlerntes Spanisch sich sehr stark vom Dialekt der Tagelöhne aus Lateinamerika unterschied. Das Ereignis, von dem ich gleich berichten werde, wurde durch keinerlei Vorzeichen angekündigt. Keiner von uns hatte eine Ahnung, was nach der nächsten großen Sprengung passieren sollte. Geologische Erwägungen hatten es notwendig gemacht, dass eine weitere Ausdehnung der Mine vom tiefsten Teil direkt nach unten verlaufen musste, und da der Oberaufseher der Meinung war, man würde dort nur auf festen Fels stoßen, setzten die Männer eine gewaltige Menge Dynamit ein. Mit dieser Arbeit hatten Romero und ich nichts zu tun, deshalb erfuhren wir zuerst nur durch andere, dass sich etwas Außergewöhnliches ereignet hatte. Die Detonation fiel wohl viel heftiger als geplant aus und hatte anscheinend den gesamten Berg zum Beben gebracht. Die Fenster der Holzhütten am Hang gingen durch die Erschütterung zu Bruch, und in den nahegelegenen Stollen wurden die Minenarbeiter von den Beinen gerissen. Der Jewel Lake, der über dem Ort des Geschehens lag, wurde aufgewirbelt wie durch einen Sturm. Die Überprüfung zeigte, dass unterhalb der Stelle der Explosion jetzt ein neuer Abgrund gähnte, ein so ungeheuerlicher Schlund, dass kein verfügbares Seil ihn zu ermessen und keine Lampe ihn zu erhellen vermochte. Die verblüfften Arbeiter besprachen sich mit dem Oberaufseher, und der ordnete an, dass man jedes Stück Seil zu der Grube bringen, die Teile zusammenknoten und dann das Seil so lange hinablassen solle, bis man auf Grund stieß. Bald darauf unterrichteten die Männer den Oberaufseher kreidebleich, dass ihr Unterfangen gescheitert sei. Energisch aber höflich teilten sie mit, dass sie nicht wieder bis zum Abgrund hinabgehen und, solange er nicht versiegelt sei, auch nicht mehr in der Mine arbeiten würden. Offensichtlich hatten sie es mit etwas zu tun, dass all ihre Erfahrung überstieg, denn, soweit sie es feststellen konnten, war der Abgrund unendlich. Der Oberaufseher machte ihnen keine Vorwürfe, stattdessen grübelte er angestrengt nach und traf Vorbereitung für den nächsten Tag. An diesem Abend wurde die Nachtschicht ausgesetzt. Um zwei Uhr morgens hob ein Koyote auf dem Berg zu einem erbärmlichen Geheul an. Von irgendwo innerhalb des Werksgeländes bellte ein Hund eine Antwort, entweder auf den Koyoten oder auf etwas anderes. Ein Sturm braute sich auf den Gipfeln der Bergkette zusammen, und sonderbar geformte Wolken hetzten unheimlich über den verschwommenen Flecken himmlischen Lichtes, der Versuch des runden Mondes durch die vielen Schleier der Cirrus-Stratus-Wolken hindurchzuscheinen. Romeros, aufgeregt Stimme aus der Koje über mir, riss mich schließlich aus dem Schlaf. Seine Stimme war erfüllt mit einer mir unverständlichen Vorahnung. »Madre de Dios! El sonido! Es es sonido, Orgavt! Loilfit! Señor, dieses Geräusch!« Ich lauschte. »Welches Geräusch meinte er?« »Den Koyoten, den Hund und den Sturm. All das hörte ich. Der Sturm wurde nun immer heftiger und der Wind schrie immer hysterischer. Durch das Fenster der Schlafbaracke sah ich Blitze zucken. Ich fragte den nervösen Mexikaner und wiederholte die Worte, die ich von ihm gehört hatte. »El Coyote! El Perro! El Viento!« Romero antwortete zunächst nicht, dann flüsterte er, als wäre er von großer Ehrfurcht erfüllt. »El Ritmo, Señor! El Ritmo de la Tierra! Dieses Pochen unter der Erde!« Und jetzt vernahm auch ich es, hörte es und erschauderte, ohne zu wissen, warum. Tief, tief unter mir klopfte es. Ein Pochen, ganz wie der Mann gesagt hatte, das, obwohl unglaublich leise, selbst den Hund, den Koyoten und den zunehmenden Sturm übertönte. Es beschreiben zu wollen, wäre vergeblich. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Vielleicht glich es dem Pulsieren der Motoren tief im Bauch eines großen Kreuzfahrtschiffes, das man auf Deck wahrnimmt, doch es klang nicht so mechanisch, nicht so leblos und ohne Seele. Von allen Eigenschaften in der Erde schüchterte mich am meisten die Verlassenheit ein. Mir fielen blitzartig Fragmente eines Abschnitts von Joseph Glenville ein, die Poe, seiner Erzählung von Mellström, mit so erschütternder Wirkung vorangestellt hatte. Die Unermesslichkeit, Unergründlichkeit und die Unerforschlichkeit seiner Werke, die abgründiger sind als der Brunnen des Demokrit. Plötzlich sprang Romero aus seiner Koje, blieb vor mir stehen, starrte auf den seltsamen Ring an meinem Finger, der bei jedem Blitz eigenartig aufleuchtete, und starrte dann wie gebannt in Richtung des Minenschachtes. Ich erhob mich ebenfalls, und beide standen wir eine Zeit lang reglos da und lauschten angestrengt dem unheimlichen Pulsschlag, der immer lebendiger zu werden schien. Geradezu ohne eigenen Willen bewegten wir uns dann auf die Tür zu, weil deren Klappern im Wind uns tröstlich und wirklichkeitsnah erschien. Das Singen in der Tiefe, so hörte sich das Geräusch jetzt an, wurde immer lauter und deutlicher, und wir verspürten immer stärker den Drang, hinaus in den Sturm und dann zu dem gähnen, schwarzen Abgrund zu gehen. Wir begegneten keiner Menschen Seele, denn die Männer der Nachtschicht waren ja vom Dienst befreit und hielt sich nun fraglos in der Siedlung Dry Gulch auf, wo sie einem schläfrigen Kneipenwirt düstere Gerüchte ins Ohr flüsterten. Aus der Hütte des Nachtwächters sah ich jedoch ein kleines gelbes Lichtquadrat wie ein wachsames Auge funkeln. Ich fragte mich unvermittelt, was wohl der Nachtwächter von dem rhythmischen Geräusch hielt, doch Romero ging nun immer schneller, und ich folgte ihm. Während wir den Stollen hinabstiegen, nahm das Geräusch unter uns konkrete Reformen an. Es erinnerte mich auf grausige Weise an orientalische Zeremonien, bei denen Trommeln geschlagen und mehrstimmiger Gesang eingesetzt werden. Ich lebte ja, wie Sie wissen, lange Zeit in Indien. Ohne Hindernisse bewegten Romero und ich uns durch die Stollen und über Leitern hinab, immer weiter dem Ding entgegen, das uns anlockte und uns gleichzeitig mit einer erbärmlichen, hilflosen Furcht und Zögerlichkeit erfüllte. Einmal glaubte ich, ich sei verrückt geworden. Das war, als ich mich darüber wunderte, dass unser Weg weder von einer Lampe noch einer Kerze erleuchtet wurde, und bemerkte, dass der uralte Ring an meiner Hand ein unheimliches Leuchten ausstrahlte, das die schwüle, schwere Luft um uns herum mit diffusem Schimmer erhellte. Nachdem wir eine der vielen breiten Leitern hinuntergestiegen waren, lief Romero ohne jede Vorwarnung los und ließ mich zurück. Eine neue, wilde Betonung des Trommelns und Singens, für mich kaum wahrnehmbar, wirkte erstaunlich auf ihn, und mit einem lauten Schrei stürmte er allein in die Dunkelheit der Höhle hinein. Ich hörte seine wiederholten Schreie vor mir, während er unbeholfen über die ebenen Stellen stolperte und wie ein Irrer die schwankenden Leitern hinabkletterte, so sehr die Angst mich auch gepackt hielt. Ich dachte doch noch klar genug, um zu bemerken, dass seine Sprache, sofern er artikulierte Laute von sich gab, mir völlig unbekannt war. Raue, aber eindrückliche, vielsilbige Laute hatten seine übliche Mischung aus schlechtem Spanisch und noch schlechterem Englisch ersetzt, und mir schien allein der häufig wiederholte Aufschrei »Huizilopochtli« irgendwie vertraut. Später entdeckte ich dieses Wort in die Eroberung Mexikos des brillanten Historikers Prescott wieder und erschauderte, als mir die Assoziation klar wurde. Der Höhepunkt jener grauenhaften Nacht war vielfältig, aber vergleichsweise kurz, und er setzte ein, als ich die letzte Höhle meiner Wanderung erreichte. Aus der Finsternis unmittelbar vor mir drang der letzte Schrei des Mexikaners, dem sich wie ein Chor derart niederträchtige Laute beigesellten, dass ich es nicht überleben könnte, sie noch einmal zu hören. In diesem Augenblick, so schien es, hatten all die verborgenen Schrecken und Ungeheuerlichkeiten der Erde eine Stimme erhalten, um das Menschengeschlecht zu überfallen. Im selben Moment erlosch das Licht meines Ringes, und ich sah ein neues Glühen aus der Tiefe heraufschimmern, nur wenige Meter unter mir. Ich hatte den Abgrund erreicht, der nun rot glühte und allem Anschein nach den unglückseligen Romero verschlungen hatte. Ich trat näher und spähte über den Rand des Schlundes, der durch kein Seil ausgelotet werden konnte, und der nun ein Inferno lodernder Flammen und eines grässlichen Aufruhrs geworden war. Zuerst erkannte ich nichts aus einem wimmelnden, verschwommenen Leuchten, doch dann lösten sich wie in weiter Ferne Gestalten aus dem Wirrwarr, und ich sah, war es Juan Romero, Gütergott, ich wage nicht Ihnen zu sagen, was ich erkannte. Irgendeine himmlische Macht kam mir zu Hilfe und löschte den Anblick und die Geräusche mit einem Knall aus, der dem Zusammenstoß zweier Universen gleichkam. Das Chaos übernahm die Herrschaft, und mir wurde die Gnade der Ohnmacht zuteil. Ich weiß kaum, wie ich fortfahren soll, da es sich hier um einzigartige Umstände handelt, doch ich will mein Bestes tun und nicht einmal versuchen, zwischen Wirklichkeit und Täuschung zu unterscheiden. Als ich erwachte, lag ich sicher in meiner Koje, und im Fenster sah ich den roten Widerschein der Morgendämmerung. In einiger Entfernung lag der leblose Leib des Juan Romero auf einem Tisch, umgeben von einigen Männern, zu denen auch der Lagerarzt zählte. Die Männer diskutierten über den sonderbaren Tod des Mexikaners, der ihn im Schlaf ereilt hatte. Sein Tod war anscheinend irgendwie mit dem fürchterlichen Blitz verbunden, der in den Berg eingeschlagen war und diesen erschüttert hatte, – es war aber kein direkter Zusammenhang ersichtlich – und auch die Autopsie erbrachte keinen Grund, weshalb Romero nicht mehr unter den Lebenden weilte. Aus Gesprächsfetzen konnte ich deutlich entnehmen, dass weder Romero noch ich in der Nacht die Schlafbaracke verlassen hatten und dass keiner von uns beiden während des furchtbaren Sturms, der über das Kaktusgebirge fegte, erwacht war. Der Sturm hatte, sagten die Arbeiter, die sich in den Stollen gewagt hatten, großräumige Einstürze verursacht und den tiefen Abgrund, der am Vortag so große Besorgnis ausgelöst hatte, vollständig verschlossen. Als ich den Nachtwächter fragte, ob er Geräusche vor dem gewaltigen Donnerschlag gehört habe, erwähnte er einen Kojoten, einen Hund und den fauchenden Bergwind. Sonst nichts. Ich zweifle seine Aussage nicht an. Als die Arbeit wieder aufgenommen wurde, betraute Oberaufseer Arthur einige besonders verlässliche Männer damit, die Stelle zu untersuchen, wo der Abgrund sich aufgetan hatte. Obwohl sie nicht sonderlich erpicht darauf waren, gehorchten sie und nahmen eine tiefe Bohrung vor. Das Ergebnis fiel ziemlich merkwürdig aus. Die Decke des Abgrunds war, wie man nun nach der Öffnung sehen konnte, keineswegs dick. Doch die Bohrer der Arbeiter stießen nur auf anscheinend endloses, solides Gestein. Als man nichts weiter fand, nicht einmal Gold, stellte der Oberaufseer die Untersuchungen ein. Aber noch immer legt sich zuweilen ein verwirrter Ausdruck über sein Gesicht, wenn er nachdenklich am Schreibtisch sitzt. Noch etwas ist sonderbar. Kurz nachdem ich an dem fraglichen Morgen nach dem Sturm erwachte, bemerkte ich das unerklärliche Verschwinden des Hindu-Ringes von meinem Finger. Ich hatte ihn in Ehren gehalten, und doch empfand ich nun eine gewisse Erleichterung über sein Fehlen. Sollte ihn einer meiner Arbeitskollegen gestohlen haben, so hatte er seine Beute sehr geschickt versteckt, denn trotz Meldung und einer Durchsuchung durch die Polizei tauchte der Ring nie wieder auf. Irgendwie bezweifle ich, dass er mir von der Hand eines Sterblichen gestohlen wurde, habe ich doch in Indien von vielen merkwürdigen Dingen erfahren. Meine Meinung über die ganze Affäre schwankt von Zeit zu Zeit. Im hellen Tageslicht und während der meisten Zeit des Jahres neige ich dazu, den größten Teil davon für einen Traum zu halten. Doch manchmal im Herbst, wenn um zwei Uhr morgens der Wind und die Tiere erbärmlich heulen, dringt aus unvorstellbaren Tiefen unter mir die verfluchte Andeutung eines rhythmischen Pochens, und ich fühle, dass hinter dem Übergang des Juan Romero etwas wirklich Grauenhaftes steckt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!